Aachen, die Stadt vor der Harnisgrinde, die Mitte Badens. Eine Stadt mit Geschichte, mit einer bewegten Vergangenheit, die noch immer Teil des täglichen Lebens ist. Ein Ort, an dem die Zeit nie stillsteht, weil es immer vorangeht. Dazu braucht es Menschen, die sich engagieren, die planen, organisieren und verwalten. Die gibt es in Aachen, in allen neuen Stadtteilen. Jeder Stadtteil mit seiner ganz eigenen Art, jeder mit seinen ganz eigenen Stärken und Besonderheiten, die wir gemeinsam zusammenbringen und verbinden. An denen wir ständig arbeiten und die jedem hier in Aachen am Herzen liegen. Dadurch entsteht eine unnachahmliche Vielfalt, die das Leben lebenswert macht. Die alle zusammenführt zu einer lebendigen Gemeinschaft. Schließlich sind es die zahlreichen Menschen, die mit all ihrem Engagement und ihrem Einsatz unserer Stadt ein Gesicht geben. Kunst, Kultur und Aachen gehören zusammen. Wir freuen uns, dass es so viele Künstler gibt, die ihr Talent und ihre Leidenschaft mit uns teilen. Und wir freuen uns, dass es ein so großes Publikum gibt, das teilhaben und genießen möchte. Aachen ist ein starker Wirtschaftsstandort. Das liegt auch daran, dass Unternehmer ihren Blick innovativ nach vorne richten und Perspektiven entwickeln. Aachen bietet viele gute Arbeitsplätze. Und Sicherheit. Sicherheit bedeutet für uns, den Menschen die Gewissheit geben, dass sie gut aufgehoben sind. Stets ein offenes Ohr zu haben für die Belange von jedem Einzelnen. Mit Verantwortung und Vertrauen. So dass es auch in brenzligen Situationen immer Menschen gibt, auf die man sich verlassen kann. Fachleute und Spezialisten. Die ihre Arbeit perfekt beherrschen. Und diese immer mit dem Wissen ausüben, dass man jedem Einzelnen und dem Großen Ganzen damit hilft. Dafür gehen sie an ihre Grenzen. Jeder dieser starken Truppe. Aachen bietet eine hervorragende medizinische Versorgung. Wir möchten, dass die Menschen von Anfang an viele Möglichkeiten haben. Dass jedes Leben sich individuell entfalten kann. Deshalb bieten wir unseren Kindern optimale Voraussetzungen, sich zu entfehlen. Wir fördern und fordern jeden Einzelnen nach seinen Fähigkeiten. So dass jeder seinen ganz eigenen Lebensweg bestimmen kann. Und sich dann auch über die Pausen freuen kann. So wie es sein soll. In Aachen kann man sehr gut aufwachsen. Und sehr gut alt werden. Mit Ruhe und mit Würde zurückblicken auf ein ganzes Leben. Immer mit der Gewissheit, dass jemand da ist, wenn man Hilfe braucht und einen Ernst nimmt. Jemand, der all die Geschichten, die man zu erzählen hat, gerne hört. Momente, die Kraft geben. Die wichtig sind. Die einem zeigen, Leben in Aachen hat immer etwas zu bieten. Für jeden. Auch Menschen mit Behinderung sind selbstverständlicher Teil unserer Gemeinschaft. Wir kümmern uns mit Respekt und Fürsorge und schaffen Voraussetzungen für Integration. Dieser Einsatz sorgt dafür, dass jeder mit seiner ganz persönlichen Art Teil eines starken Teams ist. Ein Team, das zusammenarbeitet und zusammenhält. Ohnehin sind die Menschen in Aachen Teamspieler. Fangen schon früh damit an, mit Freude und mit Hingabe an sich und an ihrer Sache zu arbeiten. Immer alles zu geben, um irgendwann zu den Großen zu gehören. Egal in welchem Bereich. Und auch dann geben sie vollen Einsatz und verfolgen ein leidenschaftliches Ziel. Stellen sich den Herausforderungen, um schließlich einen gemeinsamen Erfolg zu feiern. Am Ende des Tages ist es genau dieser Zusammenhalt, der Aachen zu einer besonderen Stadt macht. Damit leben wir in einer Stadt, die jeden Tag ihre Zukunft aufs Neue gestaltet. Eine Stadt, eine Stadt, die Platz für jeden bietet. Die so vielfältig ist, dass man sie einfach erleben muss. Eine Stadt. Unsere Stadt. Aachen. 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 Vielen Dank.